Das ist der Nass. Das ist der Nass. Das ist der Nass. Ja, das ist Nass mit Stehblatt. Stehblatt, ich nehme dir mit dem besten Stehblatt. Heute, Game heißt Team Top 10. Und ich entstand bei uns ein Geburtstagsfestespiel mit dem Stiel. Weil wir soverein alle zur Musik und das ist der Musik ab. Und dann muss man mehr Spiele spielen. Und es hat immer eine Spiele und die Musik. Ja? Wollt ihr es noch? Ja? Und TikTok kann gehen ganz ähnlich. Es ist immer einer nicht, der mitgeht. Das ist eben die berühmte Oli-Stürmer. Und der geht mit Falger. Er geht schon auf einer und zwei. Weil TikTok, er hat es immer lange gemacht. Aber die zwei letzten Menschen kommen. Sie wollen sie nicht in Deutschland. Das ist der erste Befall. Der zweite Befall. Ich tock. Also habe ich gesagt tock. Denn Oli-Oli-Stürmer. die zwei die der anderen rechts und die andere berühmte. Sie versucht sich zu Part 2 mit kommen. Aber sie versucht sich auf der Zeit zu machen. Wenn ihr das wissen, was macht ihr mit der Reiche vendet? Und hey, hey! Weiß mit einem Wasser bleib! Also das Netz geht auch was wald. Das Netz auch. Und das Plastraum was wald. Irgendwann bekommen wir. So, mit Peng, du musst die Wallen aufhören und zurückkommen. Nets, 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 Wallen. Ich kann nicht auch sagen, Peng! Und dann, du, du bleibst und nach welchem Nachhinein, du solltest alle Ballen in den Peng. Klar? Keine Antwort ist ja. Tick! Okay, Tick. Tick! Tick! Oh, nicht. Die Kicks! Ja. Ich bin nicht mit dem Hände. Sehr clever. Tick! 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 So, Tick! Hogy again, ne, der in Truffenden... Ja, dumped einenaus! Tick! Tyden nicht, das Verspannen 7... Die Hände haben sieasing창. Sie sind diffus Some... ...lang malPh Shank, das probably scheine Sanfte sicher. Auch sie müssen sich nicht Nossa Brems dafür verändernano ich acho. Nantage vom Anfang der M부�ers nicht hinzu! Sondern dayden schth elementary, weil sie schon einmal die Farbe eine alter Andrews thread bat. Sie haben die Nests mit den gleichen Farben, deshalb brauchen wir drei, vier Farben. Jetzt ist es auf 3. Jetzt wird es Level 2, Level 3. Du kannst so viele Orden wie du willst, und so viel Spaß wie du willst. Es wird viel mehr kompletter sein. Gott! Danke fürs Ich te tous. Ich habe die Ahnung, ich habe den Text von Ihnen die Hälfte und die Aposte Sie mir wiederholfen. g. Du verabschiedst es mit den Text. Ich kann es mit den Text. Ich kann es mit den Text. Ich kann es mit dem Text. Oh, okay! Zambi ist rot Fühl ist rot Feuer Wie gut ist Zambi Zambi Zombie means the green ones are zombies. So if she calls out zombie, they have to switch places and find another green one. Oh, I see. Beast are men, beauty are women. So all the women have to change places, no matter what color the rest is. Beauty and beast. And we have zombie green, yellow is... Red is fire, I know. Yellow, yellow, yellow... Yellow is... So now it's combined and Tic Tac's hand is still working. Oh, still working. So you have really to pay attention. You definitely... I have to remember. Yeah, you definitely are awake after that game. Yes. And if it's morning, I think it can be fun. So what's the future? Oh yeah. Oh well... Oh yeah. You can step on it. Because some of them are dreaming. I don't know, I want to bring them back. I think it's also, yeah, not so easy. Yeah, yeah, yeah. I feel like it. Because of course, everybody forgets when I'm standing. Hey, you have to change, 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 change. What the hell to do? So it's a lot of fun. Also doing a mistake is not fun. And also here, I think doing a mistake is not too fun. Oh, it's a nice lesson I think in life too. Can I keep on? I'm not a definition. You just go in the middle and then you're on. You can create something and you can give it back. Like if someone... Where are the others? Yes. Everyone can give it back. What do you have to do next? It's always fun. People are laughing. So the mood is really nice. Gave the story to us. Yeah. Great job. Thank you. Oh my God. Thank you. Hey, you're gonna pin it up now today. We don't stand up in theSC, but I have to do one turn TV. Ja, das ist absolut gut. Aha! Hallo! Japanese! So, das erste, was jeder muss machen, die ersten drei Orders. Jetzt haben wir Dinge, die ein bestimmter Gruppe muss machen. Ja. Und jetzt haben wir eine besondere Gruppe. Der dritte ist die besondere Gruppe. Oh. Und wir können jetzt auch noch kombinieren. Die Aufgabe ist, Party. Three times, 360 Grad. Das ist Party. Ja. Chill. Oh. Once on the ground, und dann geht's. Das ist die zweite Aufgabe. Chill. Run. Run. We have to touch three balls, which is kind of big in this gym. Three different balls. und dann, das heißt, das heißt, und wenn wir ihre Kollegen aufrichten. Und dann. Dann find's, dann find's, you put maybe some pole, you have to see a line on the shoe. Or a pole, you have to touch and stuff like that. Yeah. You have to improvise a lot. That's possible. You make your own rules. Three different colors of dance, maybe, and then you're fine. Yeah. Three different colors of dance, If you have only two, then you only make two. So it's, I mean, you can adjust as much as you want. If you get the basic idea, that's a lot of the case in Burner games. If you get the basic idea, it's gonna be kind of easy, I think. Yeah. Beauty party. Beauty party. So all the women have to party. Beauty party. Combined. You can combine. You can combine it. Yes. Yes. Now it's also, it's not so easy. But you, you always can go back to Tic Tac, no problem. Peng run. Peng run. Peng run. Peng run. Oh, that's tough. So now it's the question, Peng. Three. Key walls. Three or four walls. Three or four walls. Because Peng is touching one wall, and Ron is touching three walls, so it's probably four walls, I would say. Let's see what she's thinking. Four walls. Four walls. Four walls. Because Peng is one wall, and Cori, and one around three walls. High five. High five, yeah. High five, yeah. High five for men, and then... Exactly. So, peace. Peace high five. Peace high five. Peace high five. Peace high five. Verses. Peace high five. Peace high five. Peace high five. We'll watch the beach one. The beach one. Joe, the beach one. The closure. Vielen Dank.